Provinz mit Risha. Wir stehen hier zwischen Kaumfarmweiten und Muridianisches Hochland. Hier gibt es eine Sehenswürdigkeit, sauber Station und einen Aussichtspunkt. Und da wollte ich jetzt mal zeigen, wie man da hinkommt. Also wir starten jetzt hier, wo diese zwei Schirme sind. Ich sehe noch, ob ich das schaffe. Ich muss jetzt hier drauspringen. Und jetzt muss man da so rüber. Und da so rüber. Und dann da so rüber. Oh, ist das nicht weit verlaufen? Mein Gott. So, da müssen wir ihn finden. So, da oben müssen wir hin. Dann laufen wir jetzt mal da so hoch und da so rüber. Und schon sind wir da. Beide. So, da oben können wir ein bisschen gehen. So, da oben sind wir da. So, da oben müssen wir da.